Wir sind heute mit rund 50 Azubis nach Potsdam gereist, aus NRW, um unsere Forderung noch mal lautstark zu untermauern. 90 Euro mehr für Auszubildende ist sowas von gerecht und fair. Wir brauchen eine Lohnentwicklung, auch bei den Auszubildenden. Und wir sind hier, weil es einfach ungerecht ist, dass die einen Auszubildenden Vergütung kriegen und die anderen nicht. Physiotherapeuten, Masseure, medizinische Bademeister, Logopäden, wir wollen eine Ausbildungsvergütung für die unbezahlten Ausbildungen. Gemeinsam stark! Gemeinsam stark! Gemeinsam stark! Gemeinsam stark! Speisen und Gelabend.